In Joachim Löws Anfangszeit beim DFB war er noch Nationalspieler. Mittlerweile hat Gerald Asamoah selbst die Trainerlizenz und ist als Botschafter für das Projekt Sport und Entwicklung im Einsatz. Hauptamtlich ist er Teammanager der Königsblauen U23 und macht sich als solcher keine Sorgen über den deutschen Nachwuchs, trotz der schwachen WM. Wir haben immer trotzdem noch einen guten Fußballer in dem Nachwuchsbereich. Wir tun alles, ich kann von Schalke reden, dass wir immer sehr, sehr viele Talente haben und da ist mir kein Wange zu sagen, dass wir hinten dran hängen. Wir haben einfach nicht mal erfolgreich gespielt und das ist halt und deswegen darf man nicht alles in den Falle stellen. Dennoch hat der Misserfolg in Russland für die Schalke-Ikone auch positive Folgen. Dadurch, dass jetzt diese negativen Serie war und dass wir nicht gut waren, wird auch sehr, sehr viel getan, wird sehr viel gesprochen. Es kommt sehr, sehr viel Input da rein und hoffe, dass wir uns dann wieder dahin bewegen, wo wir vor ein paar Jahren waren. Diesen Weg soll Joachim Löw als Trainer weitergehen. Mit 3'9 im DFB-Kader hat er vor dem Spiel gegen Frankreich zumindest einen kleinen Umbruch eingeläutet. Die müssen auch diesen internationalen Welt kennenlernen, aber wir haben einen Trainer, Jürgen, der selbst auch mein Trainer war, weiß, was er kann. Und man darf jetzt nicht alles in Frage stellen. Klar, Wett gegen Frankreich, Weltmeister, hat man wirklich nicht so viel. Es geht ja nur darum, sich zu gut zu verkaufen. Und den ersten Schritt zurück zu alter Stärke machen. Und den ersten Schritt zurück zu halten.